Am Ende muss jeder seinen Weg finden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das, was Sie tun, Sie erfüllt. Und wenn Sie es gut machen, werden Sie es auch erfolgreich machen. Lieber Bachelor-Jahrgang des Jahres 2017, ich gratuliere Ihnen allen sehr herzlich zu Ihrem ersten akademischen Abschluss. Bleiben Sie wissbegierig, bewahren Sie sich Ihre Neugierde und Ihre Offenheit gegenüber der Welt. Zeigen Sie Initiative, gehen Sie Ihre Aufgaben mit Leidenschaft an und setzen Sie Ihre Ideen in die Tat um. Wir möchten Euch unserem Jahrgang an dieser Stelle von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir Euch begleiten und für Euch einstehen durften. Wir möchten Euch Mut machen und das Allerbeste wünschen. Behaltet Eure Ziele im Auge und schaut Euch auch mal den Umweg an. Danke und passt gut auf Euch auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.